Der Atlaswirbel ist ein Riesenthema. Er wird für ganz viele Probleme, nicht nur im Bereich der HWS, sondern für den restlichen Körper verantwortlich gemacht. Ich zeige dir heute nur eine einzige Übung, wie du da richtig freischaufeln kannst, auf ganz natürliche Art und Weise mit einer eigenen Übung. Damit du nachvollziehen kannst und motiviert bist für die Übung. Schau, das hier ist der Axis unter dem Atlas der Wirbel. Und oben drüber ist der Atlas. Und da sitzt genau der Schädel drauf. Und da gibt es ganz viele kleine Muskeln, die von Wirbelkörper zu Wirbelkörper ziehen, die teilweise über mehrere Wirbel hinwegziehen, die an den Schädel drangehen. Da sitzt ganz, ganz viel Verspannung drin. Und diese Spannung lösen wir jetzt einfach auf, indem wir in guter Alter mal nie, wie du das von uns kennst oder vielleicht noch nicht, wenn wir neu für dich sind, indem wir da einfach rein dehnen. Mit einer ganz speziellen Übung, nur mit einer Übung kannst du da schon ganz viel Freiraum schaffen. Die Übung, mit der du richtig gut an diesen Bereich kommst, wo es meistens klemmt beim Atlas, die geht folgendermaßen. Du setzt dich gerade, Brustwirbelsäule schön aufrecht halten, nimmst beide Fingerspitzen bei beider Hände und gehst oben an den Schädel. Und jetzt ziehst du direkt den Kopf so, dass er sich nach unten möglichst dreht. So, dass direkt die Dehnung hier in diesen Bereich geht. Und das machen wir erstmal eine ganze Zeit. Du ziehst also, wenn du jetzt nicht mehr gucken kannst, weil dein Kopf unten ist, du ziehst deinen Kopf immer weiter runter. Du musst aber darauf achten, dass die Brustwirbelsäule ganz gerade bleibt. Weil wenn du in der Brustwirbelsäule rundest, dann würdest du Dehnung hier aus diesem Bereich, wo wir hinwollen, wegnehmen. Du atmest dich schön rein und ziehst immer weiter runter. Und dann wirst du merken, dass es so ein Brennen beginnt, direkt an der Wirbelsäule. So fühlt sich das an. Direkt an der Wirbelsäule brennt das. Und dann arbeitest du dich rein, aber das Brennen, also der Schmerz, der Dehnung, wie immer unter 10. Und schön langsam arbeiten, dass das Gewebe erstmal, dieser ganze Klumpen, der hier hängt, dass der schön aufgehen kann. Ja, das heißt, du ziehst die ganze Zeit und während du ziehst, versuchst du selbst mental hier in diesen Bereich Entspannung reinzugeben und merkst dann, du kommst immer tiefer zwischendurch, korrigierst du dich wieder, erinnerst dich, oh, ich muss ja gerade sitzen bleiben und dann merkst du sofort, wenn du hier gerade wirst und die Hände sich nicht bewegen, wirst du hier gleich wieder nochmal mehr Dehnung spüren. Wir lassen uns einen ganzen Moment Zeit, dass das Gewebe da hinten richtig schön aufgeht. Du atmest immer mehr so, dass hier, dort die Dehnung zu spüren ist. Wenn du einatmest, bleibst du in der Position, wenn du ausatmest, gehst du noch ein bisschen weiter rein. Das Ganze ist die ganze Zeit ein Spiel des Zuges der Hände nach unten und des Bemühens, den Rücken gerade zu halten. Immer wieder gucken, Rücken gerade. Wenn du jemanden hast, der dich anleitet, der dir helfen kann, der Partner, Partnerin, ja, dann ein spitzer Finger hier, bleib gerade, heißt das, und einer hier, geh hier tiefer. Bleib hier gerade, geh hier tiefer. Bleib hier gerade, geh hier tiefer. Und dann kann es sich immer weiter hier öffnen. Und wir machen das jetzt eine ganze Zeit, obwohl wir es gleich haben, ja, weil hier so viel Verspannung drin sitzt, so eng alles ist, so verkrampft das alles ist, gell, damit sich das schön lösen kann. So, und jetzt ist langsam der Zeitpunkt. Jetzt hältst du den Kopf genauso tief, wie er ist mit der linken Hand. Die rechte Hand löst sich und die linke Hand übernimmt quasi. Und die rechte Hand geht an die Schulter, dass hier der Ellbogen schön verspannt ist und zieht die rechte Schulter runter. Und die linke Hand, die rutscht ein bisschen mehr an die rechte Kopfseite. Wohlgemerkt, der Kopf darf nicht heben dabei, der ist immer noch unten in der Dehnung. Und jetzt kommt aber eine Dehnung seitlich hinzu. Und die stellst du jetzt genauso ein, dass du die Stelle, die ich eben am Skelett gezeigt habe, beim Erklären, ja, dass du da die Dehnung spürst. Du ziehst quasi nach links und die rechte Schulter zieht nach rechts, sodass wir zu der Dehnung nach vorne noch jetzt die Dehnung nach links hinzufügen. Und auch da atmest du dich schön rein, Schulter schön tief lassen und praktisch diese Linie hier haben, ja. Die Schulter will nach rechts hinten, der Kopf will nach links unten. Immer weiter da in diese Seite reingehen. Kleine Bewegungen mit dem Kopf noch, die dazu führen, dass du es noch tiefer da drin an der Seite von der Wirbelsäule spürst. Letztlich vom Atlas, ja, da willst du ja hin. Die alle kannst du machen, damit du dort besser an die Stelle drankommst. Ja, noch zwei, dreimal tief atmen. Immer weiter steigern. Die Schulter muss runter, der Kopf muss nach links rüber. Und jetzt bleibst du unten, übernimmst aber mit der anderen Hand und versuchst gleich an die rechte Kopfseite zu gehen. Löst die linke Hand, jawohl. Und gehst mit der linken Schulter runter und kommst mit dem Kopf, der unten bleibt, jetzt nach rechts rüber. Das Gleiche jetzt auf der anderen Seite, ja. Und du willst links, da direkt neben der oberen Halssübelsäule, da tief drin, da soll es ziehen. Rücken bleibt wieder gerade. Die linke Schulter zieht tief und etwas nach hinten. Und die rechte Hand zieht den Kopf nach rechts, vorne runter. Und auch da jetzt schön tief reingehen. Und du kannst ruhig ein bisschen experimentieren. Du kannst versuchen, okay, was ist, wenn ich ganz rechts ziehe? Wo spüre ich es? Was ist, wenn ich ein bisschen nach unten ziehe und rechts? Wo spüre ich es? Was ist, wenn ich rechtsbleibend nach unten weitergehe? Ja, das sind so die kleinen Nuancen, die auch bei jedem was anderes auslösen. Je nachdem, wie diese Muskeln und Fasziner drin in diesem Bereich geartet sind und wie die trainiert sind. Schön atmen. Linke Schulter tief. Kopf nach rechts ziehen und unten ziehen. Und keine plötzlichen Bewegungen, gerade in diesen extremen Dehnungen. Bleib halt immer unter Zehen. Das sichert, dass alles gut ist. Aber gehe trotzdem intensiv dicht an die Zehen dran, weil wir müssen ja Reize setzen, damit der Körper einfach reagiert. Und dann langsam wieder rauskommen. Langsam wieder entspannen. Ja, Ina bewegt sich automatisch jetzt langsam, merkst du, gell? Und dann gehst du mal nach hinten mit dem Kopf, aktiv. Gehst noch einmal in die Gegenbewegung. Jawohl. Und wieder normalisieren, wieder nach vorne nehmen. Das war die Übung, die ganz, ganz viel lösen kann. Wiederhole die regelmäßig, damit du das Ergebnis halten kannst. Bitte sei so lieb, schreibe uns doch mal einen Kommentar, wie diese Übungen bei dir anschlagen. Vielleicht hast du schon andere Erfahrungen mit Atlas-Therapie. Gibt es ja unterschiedliche Sachen. Bitte beschreibe mal, wie es dir erging und was bei dir geholfen hat, was du uns da berichten kannst. Ein Erklärvideo zum Atlas und dem, was da abgeht, was da passiert in diesem Bereich, findest du hier. Schau es dir an. Vielleicht sind es Sachen, die du noch nicht weißt. Du weißt, wir wollen immer mehr Informationen bringen. Und den Kanal abonnieren kannst du hier. Und vergiss nicht, die Alarmglocke zu läuten, zu läuten, zu aktivieren, damit du keins verpasst. Tschüss. Tschüss.